Da würde ich sagen, gönnen wir dem Zeo natürlich erstmal die Werbung und schauen mal rein. So viel haben sich Zeo gewünscht, let's go. Ich fand das letzte Mal, als wir es geschaut haben, schon überwitzig. So sieht ein Mann aus, wenn er drei Stunden Schlaf hatte. Ja, es wird wieder so ein Video heute. Here we go. Hey Zeo, schau mal, das ist passend zu unserer aktuellen Lage. Bitte, lass mich allein. Aber, aber Coronavirus. Du hörst nicht an mich. Ich bin Toilettpapier. Du brauchst Medizin. Gloves, Food. And Toilettpapier. No, no, paper for my butt, oh yeah. Are you dumb? Yes. Das Video spricht mir so krass aus der Seele. Ich meine, es gibt einfach so viele wichtige Dinge, die man einfach fürs Überleben braucht, aber das gehört nicht dazu. Bier zum Beispiel. Da könnte sich Passi auf jeden Fall argumentieren. Oh, Alter. Ich meine, Notfalls kannst du dir ja auch mit anderen Dingen deinen Hintern abwischen. So, jetzt brauch ich aber ganz schnell den Klopapierersatz. Äh, yo. Wir hatten Glück hier. Uns ist das Klopapier noch nicht ausgegangen. Was geht ab, Belite? Euer Wurschelkopfzeos hier. Ey, soll ich meinen Kanal in Wurschelkopfzeos benennen? Bei 40.000 Likes mach ich das. Nice. Die 40.000 Likes müssen voll sein, Leute. Aber du hast es mal wieder geschafft. Du bist auf dem allerverrücktesten Format auf ganz YouTube gelandet. Zeo und das Internet. Das Format, bei dem wir uns lustige Clips anschauen, wie zum Beispiel... Ähm, hygienisch sauber. Was für ein cooler Typ. Nee, aber ohne Scheiß. Ich glaube, die meisten von euch, die momentan... Hugo, genau. Das ist Hugo, Leute. Super brav zu Hause rumhocken. Erstmal ein Danke draus an euch. Für euch gibt es noch momentan nichts geileres als so ein paar lustige, verrückte kleine Clips, oder? Doch zuerst muss ich mich ganz kurz für euer Feedback zum letzten Video bedanken. Also die Kommentare waren super schön und die Bewertung, alter Schwede, das kann sich echt sehen lassen. Also ohne Scheiß, beste Community, ganz groß. Ehre. Ja, ich freue mich auch richtig für ihn, dass er so viel Support bekommt, weil er macht echt coole Sachen. Das ist Dankeschön. Ich gebe mir auf alle Fälle weiterhin sehr viel Mühe mit meinen Videos, damit ich mir damit auch euren Support verdiene. So, jetzt würde ich was sagen. Also, nur Front, Zeo, mich triggert eine kleine Sache. Einfach weil es so... Dieser kleine Punkt in deiner Augenbraue... Ich muss die ganze Zeit da drauf gucken, es tut mir leid. Auch für alle, die jetzt auch da drauf gucken müssen, weißt du, so ein Bild einfach irgendwie... Das, äh, ich, äh, trigger... Ihr habt mir super viele Video-Vorschläge in die Kommentare geschrieben. Ich habe mir die 10 Besten rausgesucht und die schauen wir uns nun an. Los geht's! Juhu! Es passieren so manche wirklich super lustige Sachen. Da findet man im Internet ja recht viel. Und Zeo schaut sich diese an, weil ihr... Das ist so richtig konter-cringe, dieses Info. ...seuch ja behünscht. Das wird ne Gaudi, sag ich euch. Zeo und das Internet. Das bin ich. Wir fangen an mit einem Video, wo ich ganz klar erstmal sagen muss, alter Schwede, der macht das auf keinen Fall zu Hause nach. Obwohl ich... Schon wieder bitte nicht der Typ wieder, der seine Achsen verbrennt. Gar nicht aus. Bitte nicht. Ich gehe, dass es irgendeiner von euch nachmachen möchte, weil so blöd kann wirklich keiner sein. Gönnt ihr die Minute 4-9. Oh, was kommt jetzt? Mein Gott! Nein! Boah, was passiert jetzt? Ach, nö. Was war das für ein Böller? Hey, ohne Scheiß. Ich war, äh, ich war als Kind auch so ein richtiger Feuertäubi. Wir haben auch immer so mehrere Böller aufeinander gepackt. Und ich habe auch schon die ein oder anderen Storys mitbekommen, wo es echt nach hinten losging. Aber so nach hinten, äh, da muss ich... Junge, Alter. Macht es nicht zu offen. Wie blöd war diese Aktion eigentlich? Warum zum Geier macht man sowas? Aber wenn wir schon mal bei Explosionen sind, diese Aktion ist sogar noch heftiger. Hey, Zeo, schau dir das mal an. Was ist denn jetzt? Ich komm nicht mehr vor Lachen. Jetzt kranz ruhig. Das könnt ihr nicht machen. Äh. Oh, Doppel. Oh, oh. Ne, ne, nein. Niemand weiß. Das war erst die Ruhe vor dem Stuhl. Das war es jetzt aber auch komplett, Alter. Explosive Folge heute. Ach, du Scheiß. Ach, du Scheiß. Was noch dümmeres habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Aber ich glaube, die Aktion kann man auch eher schwer toppen, oder? Alter, ich hoffe, dieser Böller ist nicht an. Das kam unerwartet. Oh, das Video kann ich sogar schon. Aber beim ersten Mal gucken war ich wirklich mega überrascht. There's nothing more fun than playing with your dog. Was macht er jetzt? Ich kenne das noch nicht. Springt er von oben? Ich weiß, wer der Gewinner der nächsten Formel 1 wird. Wenn die Quarantäne kickt. Ich glaube, bei diesem Mann kickt einfach nur die Isolation langsam ordentlich rein. Falls euch mal super langweilig wird, vergisst nicht, ihr könnt immer noch das Socken ist Autospiel spielen. Voll geil, hab ich nie gemacht. Ihr habt schon eine Beschäftigung, falls ihr euch zu Hause langweilig wird, Leute. Nicht, dass davon die Langeweile weggeht, aber immer noch besser als gar nichts, oder? Der Michael Jacksonen, ultra gut gemacht. Oh ja, das Video, das ist wirklich mega beeindruckend. Ach, das ist doch... Boah, Junge, ich hab richtig lang gebraucht. Das war Michael Jacksons. Ach so. Krass. Oh, die spielen dabei noch. Alter, ich kann nicht mal laufen und atmen. Wartet kurz, es wird sogar noch besser. Alter, krank. Nein, die machen Moonwalk, wie geil. Wie geil. Wow. Das war flashy. Krank. Wow. An der Stelle wird es ja wieder Zeit für den Kanal davor. Dilara, du kannst... Ich kann nicht mehr laufen und atmen. Wie lebst du? Beim Laufen halte ich mir die Luft an. Deswegen muss ich immer so stehen bleiben. Folge, und dieses Mann ist es der liebe Philipp PSD. Ich meine, der Typ ist halt eiskalten Otter. Wie geil ist denn das? Auf diesem Kanal werden über persönliche Geschichten gesprochen, wie zum Beispiel Tinder. Leute, kennt ihr das? Ja, also Tinder habe ich durchgespielt. Ich habe einen Tinder-Day gehabt. Dabei blieb es dann auch. Zu Hause in eurem Bett und habt nur Gedanken für diese eine Person. Und bevor man sich überhaupt traut... Oh, der Style ist aber cool. ...zu sagen, plant man bereits seine komplette Zukunft mit diesem Menschen, obwohl man gar nichts über einen anderen weiß. Leute, damit ist jetzt Schluss. Denn heute gibt es Dating-Tipps vom Profi. Bevor jedoch das Training beginnt, muss ich noch kurz einhaken. Die Haken! Die Haken! Stark gemacht. Aber auch über andere Themen, wie zum Beispiel Lehrer, die jeder kennt. Oder über diverse YouTuber, wie Paluten, Unge, Tanzerboot. Über mich gibt es jetzt noch kein Video, leider. Wenn euch der Otter aber anturnt, dann gerne mal auschecken. Cool. Ich habe den Kanal mal in den Kommentaren angepinnt. Okidoki. So, jetzt geht es mal weiter hier. Oh, was denn das für ein Video, Alter. Ist das Backpapier? Abwehrde! What? Funny. Geil! Theo, was du brauchst, ist diese legendäre Katze. Nee, das ist doch nicht echt. Äh, kann jemand mal den Kundensupport anrufen? Ich glaube, die Katze ist kaputt. Das sieht so guselig aus, Alter. Alter, ist sie weg? Theo! Ja, was gibt's? Ich hätte noch ein lustiges Video. Können wir das herzeigen? Ja, ja, klar. Ich komme mal schnell zurück zur Kamera. Gut, dann zeig mal her, was du so hast. Das ist so geil, wie sie am Ende die Hand so hebt. So, Alter, was war denn das jetzt? So, damit ich auch nochmal den Bildungsauftrag auch erfülle, habe ich jetzt noch ein Video für euch, was euch hoffentlich weiterbildet. Ich wünsche euch hier schon mal viel Spaß beim Hochschulmathe lernen mit Spide. Oh, okay, gut, dann muss ich wenigstens keinen Bildungsauftrag heute mehr erfüllen. Wenn man stolz auf sein Wissen ist und es jedem unter die Nase reiben muss. Spendemann, Spendemann, macht was niemand nachvollziehen kann. Heute ist mein Geburtstag und ich hab voll Bock auf meinen Geburtstagskuchen. Ein Kuchen ist nicht zum Essen, sondern zum Schmeißen. Genau, Leute, so benutzt man Kuchen. Mein Kuchen, nein! Hä, was ist das denn, Cliff? Ja, hä? Ich hatte dich, Spendemann! Was? Spendemann, Spendemann, macht was niemand nachvollziehen kann. Könnte ich die 30 Sekunden... Ähm... Da... ...Kunden von meinem Leben zurückbekommen, bitte. Okay, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, fröhlichen Lümmeltag, ihr Ficker. Und schreibt mir weitere Video-Vorschläge hin. Starkes, starkes Video, Theo. Kommt noch was am Ende? Kommt noch ein Clip. Eine drehende Robbe. Süß. Checkt bereits hier vorbei, wie immer, sehr cooles Video. Grüße gehen raus. mount das Ganze was man we wurden es